Ich bin Karin und ich lebe seit 30 Jahren jetzt am Gardasee, in Italien, fest. Ich war hier mit einem Italiener verheiratet, mein Sohn ist in Italien geboren und ich lebe voll unter Italienern, spreche sehr gut Italienisch und ihr kennt mich schon, weil ich habe eine Facebook-Seite, die heißt Sehnsucht nach Italien, die habe ich einfach eines Tages geschaffen, weil ich meine Fotos von meinen Reisen, von meinem Abendessen, von meinen Begegnungen mit den Italienern einfach euch weitergeben wollte und ich denke, das Ganze einfach jetzt auf Video weiterzumachen, weil ihr doch einfach mehr davon mitbekommen könnt. Ich bin sehr viel unterwegs und möchte euch einfach davon erzählen, kommt einfach mit und wenn ihr Lust habt, dann fragt mich einfach die Sachen, die euch interessieren von Italien. Schreibt mir! Ciao!